Es gilt die alte Weisheit, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, insbesondere für die hart arbeitenden, grölenden, schreienden, singenden und sich amüsierenden Fans. Denn wenn man mal ganz ehrlich ist, Fußballer, okay, die bringen Höchstleistungssport, aber wo findet denn die wahre Leistung statt? Das ist auf der Fanmeile, in der Kneipe, im Garten, beim Grillen, zu Hause, auf der Couch, da sind die wahren Emotionen, da geht man ans Limit. Und damit das auch schön gesund ist in 90 Minuten, gibt es drei Dinge, auf die man achten sollte. Eigentlich relativ einfach. Das eine ist die Stimme. Die Stimme ist ein Kuriosum, weil wir eigentlich wissen, wann es zu viel ist, aber 90 Minuten echte Gefühle, Hardcore-Fußball, da muss ich halt mal schreien. Da ist nur das Problem, dass man halt eben die Stimme ja nicht über die Zunge und den Mund erzeugt, sondern hier hinten bei den Stimmbändern. Und wenn die überstrapaziert werden, dann wird man heiser. Das ist alles nicht so wild. Der Körper kann sich erholen, die Stimmbänder können sich erholen. Nur so eine ganze Em das durchhalten und immer grölen und man mag auf einmal zwölf Länder auf einmal und schreit die ganze Zeit durch, dann können sich kleine Knötchen auf den Stimmbändern bilden. Und das ist ein Problem, weil die gehen von alleine nicht wieder weg und dann hat man das dauerhaft, diese Reibeisensstimme. Das nächste ist natürlich, okay, jetzt haben wir über Stimme gesprochen, laut, laut, laut. Wo endet der ganze Schall? In den Öhrchen. Also das heißt, wenn man jetzt irgendwo steht, zum Glück sind ja die Wu-Wu-Seelers verboten, mal sehen, ob die jetzt bei der EM noch wieder so reinklatschen, aber der Fangesang und man schreit und so, es ist schon laut. Und der Schall kann eben dafür sorgen, gerade wenn er gewisse Grenzen übersteigt, dass man Hörschäden bekommt. Zum Beispiel Tinnitus. Und das ist etwas, wo man sich sagt, will ich nach einem wunderschönen Fußballspiel die ganze Zeit ein Piep auf dem Ohr haben? Nee, besser nicht. So, also, das ist der nächste Punkt und da ist auch ganz wichtig, liebe Eltern, wenn ihr Kinder mit auf die Fanmeile nehmt oder irgendwo mit hinnehmt, wo irgendwie große Action ist, Ohrschoner. Keine Ohropacks, sondern diese richtigen Ohrschoner, wo man sagt, die gibt es auch in Hübsch für Kinder, in Bunt und so weiter, vielleicht auch mit Nationalfarben, was auch immer. Das ist ganz wichtig, weil die Kinderchen, die sollen ja ihre Ohren noch lange behalten. Und das gute Letzte ist natürlich Fanmeile draußen. Wir sind draußen an der Sonne, grillen und so weiter. Zum Glück sind die Spiele abends, da kann man schon ein bisschen runterkommen, wobei 18 Uhr, das ist dann, brennt die Sonne manchmal auch noch ein bisschen. Wichtig ist, die Haut zu schützen. Und zwar mit einem anständigen Lichtschutzfaktor, denn wenn man den ganzen Tag draußen unterwegs ist, mit den Leuten durch die Altstadt zieht und so weiter, auf der Fanmeile ist, am Grill ist, dann kann die Haut richtig davon leiden. Und was wir auf gar keinen Fall wollen, ist nach dem Spiel heiser sein, Fiepen auf dem Ohr und rot verbrannte Haut haben. Das ist nicht wert, Leute. Deswegen euer deutscher Fanarzt, sagt euch, wie es geht. Haltet durch, das werden richtig geile 90 Minuten und dann geht es weiter und dann holen wir das. Ja, holen wir den Titel. Einfach mal mitnehmen. Ja, holen wir den Titel.